was haben wir denn bei den anderen sachen da habe ich so wenig verbessern ach so ich kann die sachen verbessern explosiv gel seil ausschalten das wäre doch eigentlich interessant oder lerne zwei neue ausschalttechniken mit dem seil drahtseil ausschalten und seil rutschen ausschalten das ist nur zum freischalten wenn ich die herausforderung und so weiter noch ein upgrade sondern ich muss mal seil rutschen blablabla was ist das hier ach so ich nehme einfach das mal jetzt hey 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 batman was machst du da oder ist es doch wenn im seltsam hey schnittig unterbrecher sollte ich durch dieses toll kommen das ist ja doch nicht so beschissen ist weihnachten nein das ist nicht bang das ist ein kleiner bubi ein kleiner süchtiger bube wow du willst es wissen was alles klar jetzt pack ich mal Bama hast du den Schatten mit Box gesehen nicht schön nicht schön miss hin Shit Was los, ey Das kannst du, wa? Pisse, wenn er mich fesse, dann Ich habe gedrückt, ich habe gedrückt Oho, den hast du aber weggeschleudert Ey, ohne Witz, was ist denn das? Was ist denn los, Batman? Weg da! Wenn ich hier irgendwie noch rauskomme Ich habe nichts gesagt Ich wollte nämlich sagen, ich bin gleich tot Ich mache das einfach nochmal neu Du hättest dich stellen sollen, als du noch die Chance hattest Okay, Jungs Schaff diesen Dreck hier raus Alter, du hast mich ja nicht mal besiegt, du Wurst Ich weiß nicht Ich weiß nicht, was es manchmal Es ist eigentlich so schwer Es ist eigentlich nicht Besonders nicht auf, äh, normal Du gehst nirgendwo hin So, jetzt hier aber So, jetzt hier ist vorbei Ja, tut mir leid Achso, das Gefängnis zu eurer Revier Dann tut es mir natürlich leid Oh, ohne Witz hier Oh, ohne Witz Ist nicht mal lustig Aber es Nein, 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 nein Lass los, lass los Sag mal, wie viel kommt denn noch runter Wo kommen die denn plötzlich her, alle? Oh, shit Ich lasse mich schon wieder Doch, doch Diesmal schon Noch einmal mache ich das jetzt nicht Nur noch die drei Hey, komm schon Komm, du kleiner Junkie Komm, ich geh drauf Alleine kannst du plötzlich gar nichts, wa? Nur große Klappe natürlich Batman, so nennt man mich Ich, bam, Junge Und ich Ich pisshaft Ich kurzzeitig mit Bane verwechselt Ey, nirgendwo ist weg Ist ja lächerlich Bist ja Bei den Zellen Aber ich höre auch Der Aufstand ist vorbei Ich brauche eine Einheit Da muss ich zur Bestätigung Ich glaube, das nennt man Schockstarre Nein, ich kann doch mit dem reden Ich raff's nicht Du lässt sie raus Um sie zu verdreschen Ich hab den Aufstand nicht angezettelt Das waren Brandon und sein Swart Quatsch Sowas würde kein Cop tun Du musst wohl neu sein Kann ich noch mal mit dir reden? Brandon Hier und da mal was abstauben Ist harmlos Aber die wissen nicht Wann Schluss ist Du könntest das Richtige tun Und sie melden Und als Leiche enden? Nein Vielen Dank Schisser Warum mal für das Richtige einstehen Okay Was steht da? Achso So Kommen wir jetzt dort rein Kann ja sein, dass sie vielleicht Die Tür aufgerissen haben Oder was? Mensch, Mensch, Mensch Wie kommen wir denn da rein? Sag mal Kann ich mich vielleicht Per Seil Da rein schießen? Ihr seht es ja Da ist ja was Ach, dahinter ist noch ein Gitter Hier komme ich auch nicht dran Komisch Ja, keine Ahnung Dann müssen wir doch weitergehen Also wer zum Beispiel weiß Wie man an solche Sachen Kommt Gerne mal in die Kommentare schreiben Äh Vielleicht würde ich das Irgendwann herausfinden Ich will aber An solche Sachen Jetzt auch nicht 5 Minuten Ich habe einen Puls Gebt Bescheid Überweisen wir ihn als Gotham General Da hat man sehr, sehr viele Sachen gefunden Oder war das auch in City Ich glaube nicht Ich war mir recht sicher Dass es in Arkham Asylum war Weil Du ja da überwiegend In Gebäuden unterwegs warst Wie jetzt hier Das war's Wie jetzt hier Wie jetzt hier Wie jetzt hier An alle Einheiten Veldet Euro 20 auf Kanal 3 Wir brauchen genauer Zahl Wir müssen wissen wer fehlt Ok 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 Suu 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 Kommen Suu Su Kommen Su Kommen Kommen ��세요 Kommen Du verbringst wohl viel Zeit hier. Schoole Pornbox. Du überbrückst die Netzwerksicherheit. Aber du musst das Internet auf die externe Telefonverbindung überleiten, wenn du Daten übertragen willst. Die Art von Wissen könnte ein Mädchen in echte Schwierigkeiten reichen. Sie sind unter dem Gebäude. Was meinst du? Die Telefonkabel. Über die Kanalisation hast du Zugang. Warte. Warum tust du, was du tust? Weil ich es versprochen habe. Oh, schnell rausziehen, schnell rausziehen. Ja, das ist nett. Aber bevor ich eine Fernverbindung zum Server herstellen kann, muss ich die Kabel unter dem GCPD anzapfen. Sie sollten über die Kanalisation unter dem Gebäude Zugriff drauf haben. Ich markiere den dichtsten Zugang. Wieso, wieso liegt hier so viel Geld? Sir, ich will mit der Prennungswaffe. Ich will natürlich anzapfen. Und der Richter wird mit der Prennungswaffe. Ich will mit der Prennungswaffe. Ja, Sir! Nein, Batman, du sollst doch... Ich will das scheiß... Boah, der Move ist fast mit mein Lieblingswaffe. Boah, du weißt, wie das abläuft. Yes, genau. So, schön, dass er das Schild verliert. Du lässt schöne Knarre liegen, du Pisser, Alter. Nix könnt ihr, weißt du? Nix könnt ihr, korrupten Bullen. Geil, 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 geil. Ja, also, was soll man zum Spiel sagen? Ich hoffe, es euch gefällt, mir ein bisschen zuzuschauen, wie ich da durch die Gegend schlawine. Hab ja jetzt öfters gehört und gelesen von DLC und so weiter. Ich kann das schon verstehen. Ich meine, es ist komplett, wirklich exakt genau das Gleiche. Es gibt nix Neues. Zudem erzählt es auch noch die Vorgeschichte. Also, auch nix Neues oder so weiter. Arkham City ist ja so gesehen mit einem krassen Cliffhanger geendet. Aber ich bin mir fast sicher, dass Arkham World noch kommt oder wie er denn auch heißt von Rocksteady. Die Next-Gen-Konsolen. Weil, ähm, ich glaube, technikmäßig haben die alles rausgeholt auf diesen Konsolen. Da hinten gibt's nix mehr, wa? Wir müssen ja hier durch, glaub ich. Deswegen, also einfach mal abwarten. Die Next-Genie ist ja hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017